Die Weihnachten steht vor der Tür und alle sind im Endsput von diesem Jahr und jeden sagen dasselbe. Das Jahr ist viel zu schnell rum und wir wollten doch das eine oder das andere noch machen. Sachen sind passiert, die wir keine Einfluss hatten oder wir glauben es nicht. Darum ist Zeit für die Dankbarkeit und die drei wichtigsten Fundamente. Liebe, Glaube und Hoffnung. Aber das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Adolf Kolping hat mal gesagt, dass der Mensch im Leben vorfindet. Das Letzte, das nachher seine Hand ausstreckt. Und das Kostbarste, was es in seinem Leben gibt, ist die Familie. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gesegnete Weihnacht, eine tolle Zeit mit eurer Familie. Für 2020 viel Gesundheit und dass ihr eure Ziele auch erreicht. Euer Familienbetrieb, Villa Casa. mit einer Erklärung auf den。」 zu. Mehr Wichtigste Wichtigste